Hey Boys and Girls, was geht ab? Wir haben uns wirklich lange nicht mehr auf diesem Kanal gesehen. Wer hätte es geglaubt, dass es irgendwann noch dazu kommt? Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Also vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, boah, okay, ich mache nochmal ein Video. Das hätte ich tatsächlich wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gedacht. Ich habe was Großes zu verkünden in diesem Video und ich möchte mich so kurz halten wie nur möglich. Ihr wisst alle, Let's Play Ananas hat sehr viele Schandflecken, der Kanal. Und so viel Emotion und Erinnerung und Gefühle auch an dem Image Ananas und an dem Kanal hängt. Wirklich, da hängt sehr viel dran. Ich habe, wow, ich hänge an diesem Kanal jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Das ist krass, das ist wirklich krass. Aber es wird Zeit für Änderungen. Veränderungen sind in dem Fall jetzt sehr, sehr wichtig für mich. Weil ich möchte mich wirklich jetzt aufraffen. Und mir ist klar geworden, ich möchte YouTube. Boy, mach YouTube, wenn du es möchtest und zieh es einfach durch. Also, ja, kurz und knapp gesagt, ich habe einen neuen Kanal. Der Kanal heißt Korumpe. Und auf diesem Kanal möchte ich wirklich, so blöd es auch klingt, wirklich mein aller, 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 allerbestes geben und komplett durchstarten. So gut es geht. Aber, ja, das hängt jetzt nicht, falls irgendwann mal wieder eine Pause kommen sollte. Was nicht der Fall sein wird. Ich bete und hoffe dafür, dass es nicht so sein wird. Weil von mir kommt es auf jeden Fall nicht freiwillig. Ich möchte keine Pausen mehr machen. Ähm, dann ist es nur wegen technischen Zwecken. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich kann mir jetzt keinen krassen Computer holen. Das ist natürlich recht enttäuschend. Aber, ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe einen neuen Kanal. Korumbel heißt er. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, alle Zuschauer, die noch an Let's Play Ananas gebunden sind, und irgendwann noch die Hoffnung hatten, dass ich zurückkomme, die können gerne und dürfen gerne auf den neuen Kanal zu Let's Play, äh, ja, siehst du, jetzt fängt es schon an, zum neuen Kanal zu Korumbel rumswitchen. Da soll es wirklich richtig losgehen. Ja, warum ein neuer Kanal? Ähm, ich halte es ganz kurz. Ich sage mal so, der Kanal lief einfach nicht gut. Tausend Pausen. Ich habe mir den Kanal wirklich im Großen und Ganzen komplett verbaut. Und ein verbauter Kanal, der kann nicht weitergeführt werden. Das ist ganz klar. Für mich persönlich kann kein Kanal funktionieren, wenn du ihn sogar mehr als einmal verbaut hast. Daher mache ich jetzt wirklich einen neuen Kanal und versuche da wirklich mein Aller, Allerbestes und versuche wirklich durchzuhasseln. Also, was ist durchhasseln? Natürlich möchte ich mich nicht überfordern. Das ist ein neuer Kanal, so, siehst du. Aber, ihr wisst, was ich meine im Großen und Ganzen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr dieses Video jetzt seht und rausgekommen ist, ist gerade auf dem Kanal, auf dem neuen Kanal das allererste Video auf Korumbel erschienen. Ähm, ich versuche das wirklich relativ zeitgleich zu machen. Ihr könnt gerne rumswitchen. Das allererste Video ist jetzt schon online auf dem neuen Kanal. Und, ja, ich wünsche euch da wirklich viel Spaß. Das ist es im Großen und Ganzen. Ähm, ich hoffe, die, die das verstehen oder ich hoffe, ihr das allgemein versteht, ähm, guckt gerne bei Korumbel vorbei. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ich möchte mir was aufbauen. Ich habe einfach Bock auf YouTube und, ja, es war Zeit für Veränderungen. Soviel dazu. Switch gerne zum Kanal rum, Korumbel. Das erste Video ist online. Und, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir hatten eine schöne Zeit auf dem Kanal. Ähm, eine wirklich sehr schöne Zeit. Und soviel kann ich schon mal sagen für all die, die jetzt noch dran sind. Das allererste LP, was bald kommen wird, was nicht das Video ist, was jetzt draußen ist. Das allererste LP wird Skyward Sword sein. Und ich werde mir sehr, sehr viel Mühe geben, dieses LP wirklich sehr, sehr schön zu gestalten und wirklich durchzuziehen. Ich habe da wirklich sehr, sehr Lust drauf. Ja, soviel dazu für all die, die enttäuscht waren, dass Skyward Sword geendet hat und abgebrochen wurde, so wie alles andere. Absolut lächerlich. Aber bei Korumbel wird es anders sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Zwischst du Korumbel rum? Ja, so geht es, Korumbel. Los, los. Und, ja. Haut rein. Bis bald. Los, los. Vielen Dank.